nog kommt denn da ne spinne hin so dämlich, ne haar getroffen wie war das denn immer weine ahnung weinenhew wollen wir noch de ederim kFe ls machen? tu f 4 für sechs tage wieder was und die teile können wir eben noch mal aufnimmt auch du judas ist beide squitter glaube ich hieß ja sogar das ist mir doch egal weißt du ja auch aber ich habe schiss nachher der fleisch karte jetzt so wie hier atmen das nicht ist dass das so durch ging was meinst du nicht dass ich durchgehend schaffe nein wieso denn nicht nämlich erst das ist absicht nein es hat nur geleckte einsatz wirklich geleckt und die wusste nicht jetzt 6 drückst du schon zum abspringen ist auch nicht mehr bereit naja was kommt denn jetzt schwimmen einfaches level und zwar mit dem anglerfisch da kommst du nicht dran die sind einfach nur als wegführung da ach man oh der kriegt leben sammeln noch zwei bananen ein ne er hat ein leben pass auf jetzt leckt es boah hast du pause gedrückt ja nicht okay das ist so leckt das fing pause oder was ne dass es stehen geblieben ist ja aber wir sollten wieder mittags aufnehmen ich wusste nur nicht mehr was ich sagen würde wirklich also solche spiele müsst ihr eindeutig mittags aufnehmen oder nachmittags oder am besten mitten in der woche ja siehst ja was daraus passiert in der abends leck 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 schnackig das will ich jetzt hier fast mitnehmen geht ja nicht kannst auch schwimmen schnappi ja schwimm du mal durch die kisten durch du hässiges dreck und wir müssen dann draußen vorbeischwimmen ja hmhm Niger so das denn jetzt tö 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 töhmm hmhmhm hatte ich die eigentlich hier gespeichert will ich hoffen und du bist ja verrückt ach ja ja ich hatte dir halt da vorgespart als ich dran war hmmm na komm jetzt ohne ja weg 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 hallo klar komme ich da dran muss es dreimal machen ja weißt du da dreht er sich nur es war zu weit eindeutig zu weit hat Stefan auch bei dir geschrieben wegen 15 minuten folgen kaiser hätte mich gefreut ob ich das machen kann konntest du ja machen bei bei 10 minuten dann habe ich mal so ein pensum wenn ich doch verschlafen sollte eine folge hochzuladen dass ich so ungefähr eine halbe stunde eher alles für einstellen kann ja komm was denn das ist voll geil eine halbe gigabyte in knapp 6-7 minuten hochzuladen ja hä es hat grad er auch gemacht ne ne doch hat es nein für was sind manchmal lags doch gut ne die komische soundbugs ja ja komm du hast es doch auch gehört du sau nein ich hab da eben nichts gehört das hat er grad voll äh gemacht da war bei mir war nix zu hören so dieses geräusch ne bei mir nicht das ist auch an dem o dran zu kommen ist so gemein ja bumm nein mach nicht bumm mach nicht bumm hoch und runter und vertikal und diagonal das ist es das schlimm ist auch dieser ähm der der fisch dass er so richtig irritierend ist ja genau das boah ja weil du warst grad im fass drin oder hast das fass aktiviert und dann kam das halt sternduce ja hat 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 pass auf die machen die machen hoch und runter und die ohne und 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 neun banan noch gibt's hier daneben centus falli fallu fallu sammeln sie ein sammeln sie ein sammeln sie ein jawoll vielleicht hat ein dreckigen schuhu und macht immer nur muuuu muuuu das ist gemein er sieht mich nicht er sieht mich nicht ne das ist so komisch das ist schön komisch da musst du auch weiter ne wo da oben lang hier lang ja jetzt kommt die geile stelle anlocken und reinschwimmen äh 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 sternbauer ok nein 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 stern tot fischblub leck das war ein kurzes standbild bei mir eben er hat auch wieder geholfen dass er standbild war oh wieso wie kommst du da drauf darum deine oma ne roll nicht die bananen hoffentlich fischt er dich jetzt die hätten dich jetzt beide so richtig wegfischen müssen naja wo kommt das? naja wo kommen sie? ja der ist gemein jetzt was denn? fetzer kommt nämlich mit er hat's geschafft uhuhuhuhu ich glaub das war die beste Überlegung so zu machen ah guck mal da ist er doch kannst saven und so machen und einmal wegfliegen dann sollte ich speichern ne? ist er los? mamma mia mamma mia it's me mario alter was ist denn los alles gespeichert? ja aufs slot 3 dann zeug mal gleich ne runde kaiser und da haben wir die probleme mit demnächst nicht uuuaah ich komm nicht weg was wird denn das? ich komm nicht weg mamma mia mamma mia huaha mamma mia genau erst speichern bei Omi Omi speichern ja mein Kind hehehehe kriegst du ja heute kein Taschengeld du 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 bä dda 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 da dda 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 F answers er hat ein paar L convers ich brauch es auch jah реб und zwar dringend ich sag ja nur laden speichern laden speichern speichern laden ich glaub das verzeihen wir uns auch ich hab einen der geguckt nämlich der verzeiht ihr das nicht oh mein gott die stirbst du jetzt einfach die ist alle leben du hast sie na hat sie ne hat noch